In diesem Video beschreibe ich dir den Atemstillstand. Als Atemstillstand oder Apnoe wird ein mehr oder weniger langes Aussetzen oder willentliches Anhalten der Atmung bezeichnet. Die Dauer eines Atemstillstands kann wenige Sekunden bis zu mehreren Minuten betragen. Mehrere unterschiedlich lange von Patienten unbemerkte Atemstillstände in der Nacht sind das namensgebende Symptom beim Schlaf-Apnoe-Syndrom. Als mögliche Ursachen einer Atemlähmung können verschiedene Faktoren in Frage kommen. Zum Beispiel die Schädigung des Atemzentrums, die Lähmung der Atemmuskulatur, ein Stromunfall, eine Strangulation, eine Blockade der Atemwege, eine sogenannte Atemwegsverlegung, neurologische Erkrankungen, aber auch zum Beispiel Traumata, speziell die Toreskompression als Folge eines Unfalls oder auch nach einem Lawinenabgang. Aber auch Toxikationen, zum Beispiel mit Kaliumzyanid oder Anästhetika, können eine Apnoe verursachen, ebenso auch als Folge einer Verschüttung, etwa bei einem Grubenunglück. Das in den Lungen befindliche Gasvolumen bleibt eingangs unverändert. Der Gasaustausch innerhalb der Lungen sowie die Zellatmung bleibt von einer Apnoe zunächst unbeeinflusst. Atemstillstand führt in kürzester Zeit unabhängig von der Ursache zu einem gefährlichen Sauerstoffmangel im Blut, also zu einer Hypoxämie, deren Folge es rasch zu einem weiteren Ausfall von wichtigen Vitalfunktionen kommen kann. Der Atemstillstand führt zu einer Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. Untrainierte Personen können ihren Atem nicht länger als ein bis zwei Minuten willentlich anhalten. Der Grund dafür liegt in der sehr strikten Regulation von CO2 und Blut-PH durch das Atemzentrum. Bei einer Apnoe wird kein CO2 mehr abgeatmet, es kumuliert also im Blut. Dieser starke Reiz auf das Atemzentrum kann willentlich überwunden werden. Trainierte Apnoetaucher können ihren Atem teils deutlich über zehn Minuten lang anhalten. Im Blut gelöstes CO2 aktiviert in physiologischer und leicht gesteigerter Konzentration das Atemzentrum des Gehirns. In deutlich höheren Konzentrationen führt es hingegen zur Verminderung oder sogar Aufhebung des reflektorischen Atemanreizes bis hin zum Atemstillstand. Es besteht dann eine Vergiftungsgefahr durch Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid Da der Gasaustausch zwischen Blut- und Lungeninhalt unabhängig vom Gasfluss zwischen Lungen- und Außenluft ist, kann sogar einer apnoäischen Person ausreichend Sauerstoff verabreicht werden. Man nennt dieses Phänomen apnoäische Oxygenierung. In der Apnoe wird aus dem Gasvolumen in den Lungen mehr Sauerstoff absorbiert als Kohlenstoffdioxid in die Lungen hinein diffundiert. Bei offenen Atemwegen folgt ein verabreichtes Gas, dem Druckgefälle von den oberen Atemwegen in die Lunge. Bei Gabe von reinem Sauerstoff genügt dies zum Auffüllen der Sauerstoffspeicher in der Lunge. Die Aufnahme von Sauerstoff ins Blut bleibt somit im üblichen Bereich. Allerdings wird in einer Apnoe keinerlei CO2 abgeatmet. Der Partialdruck des Kohlenstoffdioxids im Blut wird also ansteigen und eine respiratorische Azidose verursachen. Außerdem wird der Sauerstoff in den Lungen nach und nach durch CO2 ersetzt. Unter idealen Bedingungen, d.h. wenn vor Beginn der Apnoe reiner Sauerstoff geatmet wurde, um sämtlichen Stickstoff zu entfernen und reiner Sauerstoff insuffliert wird, könnte ein gesunder Erwachsener theoretisch eine Stunde lang ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Limitierender Faktor bleibt hier die Kumulation von Kohlenstoffdioxid. Die apnoäische Oxygenierung findet Anwendung in der Thoraxchirurgie, sowie bei Manipulation an den Luftwegen, wie z.B. der Bronchioskopie, der Intubation oder auch chirurgischen Eingriffen. Aufgrund der beschriebenen Einschränkungen ist die Apnoäoxygenierung den Verfahren der extrakorporalen Zirkulation jedoch unterlegen und wird nur in Notfällen und in der Regel nur für kurze Vorgänge bis maximal 10 Minuten genutzt. Der sogenannte Apnoä-Test ist neben der Angiografie, dem Elektroenzephalogramm und anderen Untersuchungsmöglichkeiten eines der Kriterien, die zur Feststellung des Hirntods im Rahmen der Organspende herangezogen werden. Hierbei wird der komatöse Patient mit einem reinen Sauerstoff beatmet und die mechanische Ventilation drastisch reduziert, sodass es zu einem Anstieg des Kohlenstoffdioxidpartialdrucks im Blut kommt. Für die Rezeptoren im Hirnstamm stellt dieser Anstieg einen maximalen Anreiz zur Auslösung eines Spontanatemzugs dar. Setzt die Spontanatmung bei einem festgelegten Grenzwert nicht ein, kann man von einem völligen Ausfall des Atemzentrums ausgehen. Die Apnoä-Beatmung wird auch als Backup-Atmung bezeichnet. Spontane Beatmungsformen unterstützen den Patienten hier bei der Atmung, ohne diese völlig zu übernehmen. Als Sicherheit dient die Apnoä-Einstellung am Beatmungsgerät, sollte die Eigenatmung des Patienten versagen. So springt dann die Maschine automatisch in den Apnoä-Modus, beatmet also kontrolliert weiter. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!